Moin Leute! Willkommen zurück zu einer neuen, gnadenlosen Folge Aidenwing. Juhu! 130 Folgen! Geil! Geile Scheiße! Heute sind es mal wieder noch vier Videos bis 20 Uhr. Hm. Juhu! Ich sehe gar nicht so viele von denen hier. Ich steck fest. Hm. So soll ich... Ah ja hier. Ich kämpfe einfach mal wieder online. Keine Ahnung wo es mir lang geht. Ich hoffe die müssen es nicht mehr als ich. Gerade im Moment weiß ich gerade gar nichts mehr. Hm. Hm. Oh hier ist sie. Oh hier ist sie. Hm. Guck! Das war's. Okay, hier kommt keiner. Erledigen wir es eben zu Fuß. Okay, Angriff hast du dich. Das ist lustige Scheiße, komm her. Wow. Kommt mal her, ihr beiden. Wow, aua, 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 alter. Über sie gesprungen. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Mein Akku ist doch alle. So. Aber ich mach ja gut sehen eigentlich. Warum? Warum sind hier so viele Todeswaffen? Ah, ich stirb. Geh weg mit deinem herzlichen Scheiß. Oh, ja. Was hab ich mir gewünscht? Hm. Hm. Das ist ein Ort. Aber wie ich da runterkomme, weiß ich nicht. Hey, du hast da was für mich. Dankeschön. Seife? Was? So, wenn du mit Seife. Aber die lass ich bestimmt nicht fallen, also. Hier ist ne Notiz. Loch oder Tal. Was für ein Loch? Loch oder Tal. Ich glaub mir ein Loch. Ist auch noch was? Kann ich hier mich durch... Irgend, nee. Alte Frau voraus. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ihr für eine Frau voraus seht. Aber ich seh keine. Besessenes Wesen voraus. Daher vorsichtig vor Anrufung. Hm. Wir sind eigentlich schwach geworden. Oh ja. Ich hasse diese Wesen. Ich hasse diese Wesen. Ist es ein Monstrum? Hat doch keine Ahnung. Nein, ist es nicht. Ich bin... Ich habe es nämlich... vafter... Okay. Nur kommt die ewige Stadt dabei. Okay, hier kommt er. Drachenblut sogar von Noxtella. Okay, warum kriege ich das jetzt mal? Ey, nee. Ja, hallo. Hä? Da hat ja eben keiner geknickt. Was soll ich sagen? Hm. Oh, so. So. Jetzt bin ich hier. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also wir wurden jetzt nicht extra hier runtergeportet für gar nichts Ziemlich enttäuschend irgendwie Untertitelung des ZDF, 2020 Und wozu wurde ich jetzt rausgeworfen? Ich weiß, ich werde sterben, wenn ich das jetzt mache Das ist all you got Ich weiß, was ich weiß, was ich da sind? Ich weiß, was ich da sind? Hm. 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 Hm? Hm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oder wo alles? Oder wo alles? Mir wurde nicht gesagt nur... Die unheilvollen Schatten, die durch diese Lande streifen. Oder muss ich jetzt Rani's Kleidung anziehen und ich weiß nichts davon, weil ich absolut dumm bin, dass ich das jetzt machen muss. Okay. 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 So, jetzt mal vorher ist die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Chlorreichen Adenwing Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ja. Ciao.